2014 Ich wünsche dir auch allen ein frohes neues Jahr und ich denke nicht nur in meinem Namen, sondern in der Verleggerts-Mannschaft. Ein frohes neues Jahr 2014. Ich kann Devon darunter zustimmen, denn wenn wir unser Spiel spielen, so wie es abgesehen von den Spielen in Leverkusen und Edson, und Paderborn gebracht haben, dann können wir definitiv auch gegen Göttingen. Es ist notwendig, um alle Distanz von dem Rest der Liga zu halten und auch ein Spiel gegen Göttingen für den Liga zu halten. Abgesehen davon, dass wir noch eine Rechnung mit Göttingen offen haben, hat uns unser Publikum hier bisher immer super unterstützt. Und die anderen halben Jahre, die wir bisher gegen Jena hatten, zeigt nicht unser wahres Gesicht. Ich denke, dass wir hier gegen Göttingen sehen können. Die Fans sind sehr notwendig in diesem Spiel. Wir wollen nicht nur zeigen, dass die Fans hinter uns sind, sondern wir wollen auch Göttingen zeigen, dass sie hier nicht verlieren können. Als sechster Mann seid ihr besonders wichtig, dass wir gegen Göttingen gewinnen können und bestehen können. Wir freuen uns auf euch.